Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 30.11.2022. Du hörst die Geek Talk Daily 1279. Nach zwei Tagen des Ausfallens und einer hängen gebliebenen Episode der 1278 ist die Geek Talk Daily wieder hier. Und zwar mit den folgenden Themen. Wear OS, Swisscom, App Store, Google, Mediatek und Dropbox. Ich starte gleich mit Google, genauer gesagt mit Wear OS. Denn für genau dieses Betriebssystem, was auf den Uhren, zum Beispiel der Google-eigenen Pixel, aber auch vielen anderen läuft, soll es bald auch eine Mail, genauer gesagt eine Gmail und eine Kalender-App geben. Dass das nicht schon drin ist, wundert mich, aber es soll anscheinend in Arbeit sein. Denn wie und was das überhaupt können soll, also die beiden Apps, das hat Google aber noch nicht verraten. Auch nicht, wann es kommen will. Tja, dann bleibt nichts anderes übrig als abwarten, wie immer. Weiter geht es mit dem deutschen Magazin Connect, welches jeweils den Netztest Mobilfunk macht. Dass jedes Jahr gegen Ende des Jahres gehen sie durch die Landen, zum Beispiel durch Deutschland, ich glaube sogar auch Österreich und sicher eben auch durch die Schweiz. Und da messen sie fleissig und zwar die Geschwindigkeit, die Stabilität und andere Punkte, die wichtig sind für eben genau solchen Tests. Wie gut sind Netzwerke in unseren Landen? Was schon seit Jahren so ist, die Schweiz ist immer ganz vorne und zwar alle drei unsere Provider, also die grossen zumindest, aber auch die kleineren sind mit dabei. Im Test jeweils nur die ganz grossen, die kleinen sind ja meistens Ableger von den grossen. Und bis jetzt war es immer so, dass Salt ein bisschen abgekratzt ist, die haben aber stark aufgeholt in diesem Jahr. Nach wie vor ist es so, dass die Swisscom und auch die Sunrise beide mit überragend abgeschlossen haben. Eine Auszeichnung, die es in anderen Ländern teilweise gar nicht gibt. Auch Salt, der eben wie gesagt sehr gut aufschliessen konnte, hat mit einem sehr gut abgeschlossen. Auch das gibt es eher seltener. Aber was ist da noch mit drin? Ja, was auffällig ist, laut Connect ist, dass die Geschwindigkeitsmessung im 5G-Bereich jeweils sehr positiv ausgefallen ist. Da sind fast überall 800 MBit der Sekunde ohne Probleme machbar gewesen. Unterwegs waren sie in grösseren Städten und kleineren Städten der Schweiz. Auch unterwegs im Wallis in ganz, ganz kleinen Teilen von Graubünden runter ins Tessin bis nach Genf und halt eben quer durch die Schweiz. Ja, schöne Messwerte würde ich doch sagen. So lässt es sich im Internet sein. Weiter geht es mit den App-Store-Charts. Genauer gesagt von Apple und deshalb ja logisch App-Store. Wie sieht es dieses Jahr aus? Was ist alles mit dabei? Ich muss das PDF oder ich darf das PDF raufsuchen. Denn Apple hat jeweils unterteilt von den besten Apps, die besten Spiele und die Top-Apple-Arcade-Charts. Da jeweils unterteilt in Paid- und Free-Games, also in kostenlose, in kostenpflichtige. Und wie könnte es nicht anders sein? Bei den Games ist wieder mal Minecraft ganz vorne mit dabei. For Monopoly und Geometry Dash. Alles Weitere könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Bei den kostenfreien ist Subway Surfers an zweiter Stelle. Meine Mädels kennen das Spiel irgendwoher oder ich kenne es durch meine Mädels. Und bei den bezahlten Apps ist Freema, sehr, sehr löblich. Und iTheorie, auch das eine App, die meine grösste Tochter zumindest kennt, die gerade für die Tefliprüfung, ähm, ja, wie sagt man, lernt. Bei den kostenlosen Apps sind es vor Google Maps. Auf der ersten Stelle ist noch das Covid-Zertifikat und an dritter Stelle ist es die App BeReal. Ich könnte noch weitergehen, auch für das iPad wurde das erklärt. Und bei Arcade ist an erster Stelle Angry Bird Reloaded, NBA 2K22 und Asphalt 8. Ich muss da mal wieder mehr gamen, glaube ich, in nächster Zeit, wenn ich irgendwann vielleicht wieder dazukomme. Weitere Neuigkeiten gibt es zum Thema Google. Wart ihr im Jahre 2018, 2019, 2020 in den Staaten unterwegs und habt ihr Radio gehört? Dann habt ihr es vielleicht mal gehört. Dieses Pixel 4 von Google ist ein unglaublich geiles Telefon. Es kann super Fotos machen und es ist einfach so geil. Einfach, einfach krasses Telefon. Müsst ihr unbedingt kaufen. Ich denke, der eine oder andere wird sicherlich darauf reingefallen sein. Wie ist das entstanden? Ja, da gibt es Google, da gibt es einen Haufen Patzen Geld und das hat man irgendwie auf die Strasse geworfen. Und per Zufall ist da ein Radiomoderator oder deren viele vorbeigelaufen und hat das aufgesammelt. So in etwa kann man sich das vorstellen. Google und der Partner iHeart Media, die das Ganze verunstaltet haben, haben eben insgesamt ein bisschen Geld liegen lassen für arme Radiomoderatoren, die dann wiederum ein Gerät hochgelobt haben. Eben vor allem Fotoqualität war immer so ein Thema, was man ganz hoch gejubelt hat, obwohl die Moderatoren, die gesagt haben, sie damit Fotos gemacht haben, nie solche Geräte in den Händen gehalten haben. Erst später in weiteren Kooperationsgeschichten kam dann mal ein Gerät dazu, aber irgendwie wurden nur fünf Geräte verteilt für den ganzen amerikanischen Markt und somit haben wahrscheinlich nur drei, vier Moderatoren das gesehen. Also ziemlich unschön, man muss immer gut hinhören und sich auch unabhängige Meinungen dazu anhören. Die Bullet Group und Mediatek haben verkündet, dass sie im nächsten Jahr ein Smartphone vorstellen werden, das über Satelliten kommunizieren kann. Ihr kennt das, vorgestellt, eine Woche vor Apple hat das Huawei für sein neues Smartphone eben dann im September auch Apple, was eben in Notwellen, SMSen, in zwei Wege Kommunikation absetzen kann. Anders will das eben die Bullet Group gewerkstelligen. Wie tun sie das? Man sagt, dass das Ganze, oder sie haben noch nicht allzu viel darüber verraten, aber spannend an dem Ganzen ist sicherlich, dass wenn ein SMS oder eben so eine Satelliten-SMS rausgeht, dass die dann auch per SMS ankommen kann. Also nicht nur in iMessage, sondern auch ins andere System mit reingehen kann. Das ist wiederum sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, wie dann schlussendlich das funktionieren wird. In Amerika zum Beispiel gibt es ja auch Unternehmungen von T-Mobile mit SpaceX zusammen, um etwas Ähnliches zu machen. Und wer jetzt denkt, ja, wer ist diese Bullet Group? Mediatek hat man vielleicht schon mal gehört, die machen so Prozessoren. Ja, die Bullet Group, die macht die CAT-Smartphones unter anderem. Die kennt ihr sicherlich so, Outdoor-Telefons, die besonders stabil sein sollten, obwohl mein Vater hat schon fünf davon kaputt gemacht. Aber er ist auch ein Profi darin und nutzt es auf der Alp mit allen möglichen unwidrigen Zuständen. Aber ja, bald schon vielleicht auch mit Satellit. Und zu guter Letzt haben wir noch Neuigkeiten für das deutsche Unternehmen Boxcryptor. Also gut, die wissen das sicherlich schon länger, aber für euch hier, Boxcryptor hat sich mit Dropbox geeinigt. Die geben ein bisschen Technologie von sich ab. Ob sie es aufgekauft haben oder nur lizenziert haben, wie auch immer, habe ich noch nicht ganz herauslesen können. Auf jeden Fall soll die End-zu-End-Verschlüsselung und das Knowledge in dem ganzen Bereich von Boxcryptor in Richtung Dropbox wandern, was natürlich nicht ganz unsex ist, wie ich finde. Mal schauen, was die aus der ganzen Geschichte schlussendlich machen. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, hören wir uns bald schon wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.